Ja, also ich kaufe meine Brüllen prinzipiell nur bei wenig Frau, ne, weil das ist erstens mal, nein, einfach nochmal, das war ein Scheißdreck, nochmal, ja, also ich kaufe prinzipiell meine, blablabla, 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 blablabla. Oh, ich hab mir gar kein Handy gekauft, ich warte, das ist ja, du musst ja ein Handy kaufen, stimmt, warum hab ich, weil du musst ja ein Handy kaufen, weil dein es die ganze Zeit geklappt, das war's, weil du dein es die ganze Zeit in den Griffen hast, ich hab mir gar kein Handy bei vielen Mann gekauft, weißt du, warum, weil ich es gar nicht verkauft habe, ich hab nicht gewusst, so, was gekauft, Brüllen, Brüllen, okay, ganz schön, so, oh, ich hab mir gar kein Handy gekauft, das ist doch jeder Handy, du kriegst, Alex, ja, bitte, geh nochmal rein, was, Brille, 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 Bootcamp, Tränslager, ich hab noch amplifier Kauft, aber Brüllen habe ich, so, ehm, oh, also, ehm. Ja, ich hab noch keine Eine Brille? Ich möchte gerade, dass ich gar keine Brille aufhabe, das ist eher Kontrappro... Eine Brille? Was ist eine Brille? Ich könnte auch einen auf Semmelrohge machen. Ich könnte auch den Martin Semmelrohge machen. Der redet glaube ich genauso, oder? Ist doch irgendwie so. Wo ist der Brille? Ja, das frage ich mich auch gerade. Du hast doch keine Brille in der Hand gehabt. Ja, ich finde sie jetzt nicht mehr. Was? Eine Brille? Ich kaufe mir doch keine Brille bei einem Laden, der wenig Frau heißt. Nun, diese Frage ist berechtigt. Ich bin mit meinem Fischkolle die Magenfalle runtergezimmert. Und als ich dann vor dem Krankenhaus wieder aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, so Junge, du brauchst eine neue Brille. Ich weiß es nicht mehr so viel. Ich weiß es nicht mehr so viel. Wissen Sie? 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 Ich hab da mein Bodybuilding angefangen, weil mich die ganzen Leute in meiner Schulzeit die ganze Zeit geärgert haben mit meinem Körper. Scheiße, das war nicht bestätigt. Wissen Sie? Alexander. Du warst ja eh gerade in der Pause. Professionell. Einmal mit Profis hier rein. Professionell. Weil mich die Leute die ganze Zeit wegen meinem Körper geärgert haben, nicht wegen meiner Stimme. Das wäre ja total sinnlos. Äh, nein. Fast schon sexy. Er ist zu wandelbar. Und anpassungsfähig. Ja. Äh, fliech. Okay. Das hilft nichts. Trink es am besten gleich aus. Was? Nein. Du kannst ein bisschen, weiß ich, mit Blut, genau so, ja. Ja. Ja, ja. Sehst du? Aber es wird folgendes machen. Super. Interessant. Was, Alter? Nee. Im Shop... Beinkaufen. Mach du willst. Junge Hüpfer! Scheiße, der hat nicht gesessen. Hinten. Hinten. Über Kopf. Deshalb passt er. Und dann mit dem jungen Hüpfer. Ja, der Junge. Ja, der Junge. Na, der ist daneben gegangen. Sieht ja echt, wie war der Schlagernfaller. Dann setzt die Brille. Nehmen wir den Shit würden. Ja, ich nehm den Shit, natürlich wieder. Die Kamera wackelt. Was? Nee, Alter. Ich kaufe meinen Shit nur noch bei meinem Bro und nicht. Bei den 90ern und so. Was? Nee, Alter. Im... Einkaufsladen. Was? Stimmbroof. Machen wir was anderes, der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Okay. Done.